Die Serie Hannah Montana hat Miley Cyrus über Nacht berühmt gemacht. Plötzlich war sie super gefragt und viele Kinder und Jugendliche haben sie als Disney-Star gefeiert. Aber plötzlich war Schluss mit der Perücke. Hannah Montana gab es nicht mehr. Aber warum eigentlich? Die Serie war doch so erfolgreich. Miley liefert nun den wahren Grund dahinter. Und das Ganze hat überraschenderweise mit ihrem ersten Mal zu tun. Denn in einem Interview verrät Miley nun, was der wahre Grund dahinter ist. Ich wollte nicht mehr Hannah Montana sein, als ich 18 war, weil es sich lächerlich angefühlt hat. In dem Moment, in dem ich Sex hatte, konnte ich die Perücke nicht mehr anziehen. Der ein oder andere Fan trauert immer noch um die Serie, obwohl sie so lange her ist. Das ist natürlich sehr schade. Wie findet ihr eigentlich die Begründung von Miley Cyrus? Könnt ihr verstehen, wie sie sich gefühlt hat? Oder sollte man seine Rolle einfach nur professionell weiterspielen? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie gern unten in die Kommentare. Und abonniert den Kanal, wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den heißesten Neuigkeiten erfahren.